Der Ort des letzten Höllenpriesters bleibt unbekannt. Nur die Vernichtung des letzten Priesters und seines Wächters wird die dämonische Verzehrung der Erde stoppen. Wir sind bei der Suche nach dem letzten Höllenpriester auf Hilfe angewiesen. Dr. Hayden sollte uns dabei unterstützen können. Ich richte das Portal auf die A-Kommando-Zentrale aus. Und weiter geht's. Was ist jetzt denn los? Kleinen Moment. Zack. Hier schon wieder irgendwas. Unstable Connection. Zack. Da ist er wieder. Streamer. Auch Connecten. Danke. Exaktionable Connected. Boing. Fortsetzen. So, nochmal. So, das so, so, so. Was haben wir hier noch? Baut? Nee. Baut schließen. Zur Liste. So. Jetzt bin ich in das Portal, ne? Jo. Kann weitergehen. Ah, komplex. Dr. Hayden befindet sich in dieser Anlage. Dieses Industriegerände war einst das Hauptquartier des Widerstands. Okay. Hm. Gute Neuigkeiten für die Gläubigen. Samuel Hayden, der Betrüger, ist gefallen. Der Ark ist Geschichte. Uh, los geht's. Boing. Hallo, moin. Oh. Abwärts. Dieser Bereich ist nicht länger sicher. Evakuierungsprotokoll ist aktiv. Oh. Oh. Oh, ist's. Oh, ist's. Oh. 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 Oh, oh. Da können wir alles nochmal aufheben, zack. Oh, das war neu. Okay, gleich wieder nach vorne. Und zack. Kann nichts aufsammeln. Schick. Okay, gleich weiter. Okay. 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 hallo schon fast was Naah! Zick, zick! Das haben wir, das haben wir, das haben wir! Alles aufgedeckt! Warnung! Das ARC-Hauptquartier wird angegriffen. Junge Fürsprecher, nehmen Sie das Leiden an! Jenseits des Schmerzes! Und wir erleuchten uns! Was war denn das denn da? Wohl! 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 Das war's für heute. Die sind alle voll. Und... Die sind alle voll. Die sind alle voll. Die ist voll. Wow. Token. Ach, gibt es nicht mehr. Bitte unverzüglich evakuieren. Wams. Oh. Bombs! 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 Hallo, na? Ach, deswegen. Das tut weh, ihr Zeug. Oh, ich hab hier so ne... Upa! Hallo, moin! Nochmal besser. Alles klar bei dir? Wird er gut. Ich hab rausgefunden, warum das so lecky war. Super. Ne, keine Hintergrunddienste. Der Server für Dänemark, für Twitch war nicht... nicht der Beste momentan. Er macht das heute oder die letzte Zeit irgendwie nicht mehr. Jetzt muss ich... ...wechseln auf... ...Berlin und schon funktioniert das Ganze wieder. Komm ich da jetzt nicht ran? Ich hab nen Token vergessen. Verdammte Hacke. Ich komm da nicht mehr ran. Da, der da. Und... Kamera zentrieren. Haben wir. Wut, wut, wut. Ich steh da vor. Da hinten. Und schon läuft das Ganze wieder. Schöne, stabile... 5000 Kilobits. Hallo, moin. Benutzen wir mal. Der Eingang zu Dr. Haydens Stützpunkt ist versperrt. Zwei Außengeschütze identifiziert. Berechne optimale Schussbahn. Bestätigt. Sie können damit eine Wegfahne. Ich markiere Sie. Okay, der... Wobei. So. Ah ne, nicht nur irgendwo. Ob ich... Ob ich nochmal am Arbeiten bin? Ich bin die ganze Zeit... Ich bin unterwegs. Wieso? Oder was meinst du? Uh. Was soll ich denn? Oh. Ein Tür. Wie, was, wo? Den Kontext hab ich jetzt nicht. Oh, ich hasse sie. Oh. Wie, was, wo? Was, wo? Was, wo? ach normal so ja momentan geht das noch ich habe zwischendurch mal eine stunde früher frei aber es wird weniger ich muss daran ja hallo moin Was ist er? Alles voll? Okay. Ich bin da, da oben gibt es eine Karte, da soll ich hin. Ja, mal hoch da. Ich bin gleich wieder da, kurze Pause. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.